Hallo, wir kommen wieder, lang nicht mehr, zu unserem Teil fünftiger Fernsehsatz von Unternehmen. Ich freue mich, dass ich mit euch das teilen kann. Wird auf jeden Fall lustig, wir spielen doch so einen Bildrahmen mit. Ja, und wir haben noch unser Assistent. Bruno? Hallo. Ja. Der hat natürlich, er macht sich von mir mit. Ich freue mich. Wir haben bei unseren Fails leider nicht so viel Erfolg gehabt. Aber, ich freue mich, das heute mit euch zu teilen. Also, goodbye, entspannt, hinlegen, ich würde es nicht nachmachen. Tschüss und los geht's. Nein, noch nicht jetzt. Tschüss. 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 Tschüss und dich. Ich hoffe es hat euch gefallen, ich weiß es war ihm gerade nicht das beste Video, ja er hat sehr lange zum Aschbaden gebraucht, das muss man schon sagen. Ja er macht wieder mal kleine Späßchen, ja er kann sich leider nicht selber verzeihen. Es ist so, auf jeden Fall, ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe ihr habt ganz viel dazugelernt, das mit dem viel dazugelernt ist immer nur Spaß. Wer kann bitte bei Schüssereiner Tustatüren? Also Tschüss, Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.